Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den News rund um Borussia Dortmund. Dortmund möchte mit Mahler Lakanji verlängern, so viel ist ja schon längst bekannt. Die Forderungen des Schweizer Innenverteidigers sind aber derzeit noch zu hoch für Borussia Dortmund. Sportlich kann Mahler Lakanji der Mannschaft zur Zeit nicht helfen. Der 26-Jährige fällt mit einer Muskelverletzung für rund drei Wochen aus. Hinter den Kulissen beschäftigen sich die BVB-Verantwortlich immer weiter intensiv mit dem Innenverteidiger. Denn Lakanji soll seinen 2023-Ausnahmevertrag auf jeden Fall verlängern. Die Gespräche mit dem Schweizer gestalten sich dabei aber offenbar kompliziert. Wie die Sportbild nun berichtet, Lakanji an Angebote Dortmund über 8 Millionen Euro jährlich plus Bonuszahlungen mittlerweile abgelehnt. Er fordere nun ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro, was seinem Klub sauer aufstoße. Dem Bericht zufolge gibt es im Dortmunder Umfeld nämlich Zweifel, ob Lakanji eine solche Summe wirklich wert ist. Denn mögliche Folge, die BVB-Verantwortlichen könnten von einer Verlängerung mit dem Innenverteidiger abrücken und stattdessen einen Verkauf anstreben. Zuletzt wurde ja auch unter anderem Manchester United mit Lakanji in Verbindung gebracht. Ein potenzieller Ersatz wäre Nico Schlotterberg vom SC Freiburg, an dem die Dortmund aber einstimmenden Medienberichten zufolge Interesse zeigen. Um den 22. Ring wurden aber auch andere weitere Klubs. Der BVB hat somit auch wirklich nur begrenzt Zeit, seinen Personalpurs in Abwehr zu lösen. Denn natürlich ist auch klar, je eher man möglicherweise Akanji verkauft, desto eher kann man auch mit Neues holen. Oder man wird es eben doch noch mit einer Vertragslängerung. 2 Millionen liegen dann zwischen den 8 Millionen, die wohl geboten sind und den 10, die gefordert sind. Vielleicht kann man sich auch einigen. Generell ist aber natürlich schon wirklich sehr, sehr viel Geld für Manuel Akanji. Eure Meinung zu den Vertragsgesprächen, zu dem Verteidigerthema gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.